Yo, liebe Malonzo Gang, heute reagieren wir auf böse Onkels, der nette Mann. Ja Leute, vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Vorschlag, den habe ich wieder in der Kommentarfunktion gefunden. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall an alle Leute auch für eure ganzen Vorschläge. Ist natürlich logisch, dass man sich da auch mal bedanken muss. Und ja Leute, abonniert auf jeden Fall den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, dann verpasst ihr keine weiteren bösen Onkels Reactions und ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Ich würde sagen, wir legen los. Geht noch, Uli, träg auf. Hammer. Achsoch, naja, aktuell ist es nicht, aber 2019 war es live im Hellfest, das müsste irgendwo in Frankreich sein. Könnt ihr ja auch auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, es war Frankreich. Wenn es nicht so ist, korrigiert mich in den Kommentaren. Also da, zu dem Zeitpunkt war dieses Lied auf jeden Fall nicht erlaubt in Deutschland. Mittlerweile schon. Also an die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es ist wieder erlaubt. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wann sie dieses Spiel, äh, Spiel, genau. Wann sie dieses Lied wieder in Deutschland spielen werden. Live, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht dieses Jahr noch. Wer weiß, wäre schön, aber, äh, ja, wir werden es auf jeden Fall alle noch mitbekommen. We're not allowed to play this song in Germany, for you guys and friends, they're fucking Nezimah from our first level. We're not allowed to play this song in Germany, for you guys and friends, Wir sind also in der Februade, ich bin leidend weibend, so unbeführendte Wälde und in Scheine, Waukes durch den Scheinen, Waukes durch den Scheinen, we see how we go, we see it in einem Treinen, auf zehn Oder drei Tage, Also die Stimme von Kevin gefällt mir auf dem Song auf jeden Fall. Mega. Also dieses Dunkle, dieses Aggressive, was daraus kommt, das gefällt mir auf jeden Fall von Kevin auf dem Lied. Und ist auf jeden Fall ein Hammer, 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 Hammer. Hammer, geiles, gut klingendes Lied. Die Leute haben das ja auch damals öfters vorgeschlagen, nur habe ich da nicht drauf reagiert, weil ich ein bisschen Bedenken hatte, ob das nicht rechtliche Konsequenzen haben könnte. Aber mittlerweile ist es wieder okay und deswegen reagiere ich heute drauf, Leute. Weil ich nichts mehr zu befürchten habe. Zum Glück. Schau mich an, schau mich an, ich bin das perverse Schwein. Die Gehen und Qual und Tore schreien, macht mich doch verrückt. Kann ich denn kein Interesse, dass mich daschen zirkt? Kommt, mein Freund, wirst du drei Seiten an, mein Opfer sein. Ich freu mich schon auf dein Testgeschütz und die Angst in deinem Schrei. Ich bin der nette Mann von Leben lang und jeder könnte es sein. Schau mich an, schau mich an, ich bin das perverse Schwein. Ich bin der nette Mann von Leben lang und ich bin der nette Mann von Leben lang. Schau mich an, schau mich an, ich bin das perverse Schwein. Ich bin der nette Mann von Leben lang und ich bin der nette Mann von Leben lang und ich bin das perverse weg. Alle Kinder haben Spaß, sind kümmern und schreien. Schau mich an, ich bin das perverse auf Joe Amen. Leute, dieses Lied ist auf jeden Fall Mega, 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 mega heftig Ist natürlich umso cooler noch Dass es wieder erlaubt ist zu spielen Dass ich darauf reagieren konnte Ist auf jeden Fall nice Haben wir uns ja auch mal live im Stream gegeben Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig hammergeiles Lied Danke auf jeden Fall für eure ganzen Vorschläge Schreibt weitere Vorschläge in die Kommentare Natürlich schaue ich sie mir auch unter den anderen Videos Noch an die Vorschläge Weil es kommt halt so viel rein Und die Nachfrage ist halt auch hoch Und ihr wisst ja alle zwei oder drei Tage ein neues Video Tut mir leid, dass jetzt gestern nichts hochkam Ich habe halt die ganze Woche Schule Und da kann ich leider nichts machen Tut mir auf jeden Fall leid, deswegen heute das Video Und ich würde sagen, abonniert auf jeden Fall noch gerne den Kanal Um keine Böse Onkels Reaktion zu verpassen Und ich würde sagen, habt jetzt noch einen positiven Tag Und wir würden uns im nächsten Reaktionsvideo wiedersehen Und wir würden uns gleich nochmal noch а Ich würde gerne einen Kongar Und dann ich